Ich bin sicher auf dem Hamburger Krumm und ich bin sicher mit Körmisch NLP und mit Pferden auf dem Hamburger Krumm und ich finde das ist echt schön und ich finde es einfach noch zu und da ich sage auch mal ganz fort und ich finde, dass man uns ja öfter mal treffen auf der Körmisch und wie findest du den Dach? Ja, wie findest du den Dach? Ja und wie hat der Dach zu setzen? Genau, also ich war ja da jetzt nicht drin, aber ich habe das schon mal das Teil. Kurz das Salon habe ich schon mal so, war ich da schon drin, also wirklich gut. Auch hier ist ja auch einzigartig hier mit einem kleinen Freifall-Turm. Fangen wir jetzt mal eben so. Eigentlich finde ich schön, dass man sowas auch die Reise aufbringt. Ja, ich fand es auch sehr schön. Und jetzt fragen wir mal die Lich. Ja, Lich, wir haben uns das erste Mal bekommen hier und wie fandst du den Dach zu? Also ich fand es auch sehr gut, auch hier mit der Dachvergung, auch sehr gut, auch hier mit der Klimatisierung auf dem Weg, auch mit dem Freifall-Turm am Ende, wir können mal ein bisschen gerechnet, aber ich finde es echt klasse das, tragisch. So, und ich fahr jetzt gleich ein bisschen rein. Fahresetze ich. Messe mich dann noch gleich, gell? So, ich bin jetzt bei den Lichten. Und hier muss man echt gut aufpassen. Und hier kann man sich auf einmal drehen. Und... So, zur vorne kann man das jetzt hier machen. Und das mache ich jetzt mal. Und das mache ich mega schwarz, aber ich fahre jetzt weiter. Und das mache ich mega schwarz. Und jetzt kann ich jetzt hier, vielleicht dann auch das hier. Wir können mal das hier mal machen. Papa! Papa! Jetzt ist gelandet, Papa. Juhu! 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 Das macht echt mega Spaß. Und hier haben wir meine deutsche Bände. So, ich bin jetzt bei den Regen. Und hier muss man echt gut aufpassen. Und hier kann man sich auf einmal drehen. So, nach vorne kann man das jetzt wieder machen. Und das machen wir jetzt mal. Und das macht mega Spaß. Aber ich ziehe jetzt weiter. Und das macht mega Spaß. Und ich kann das hier. Und ich kann auch das hier. Ich kann das hier mal machen. Papa! Ja! 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 Du kannst das hier machen. Ja-ja! Ja! Das macht echt mega Spaß. Und hier haben wir meine deutsche Wände. Da vorne ist der Notausgang, das habe ich zuerst gesehen. Ja, ich stehe alleine wieder runter, vielleicht kommt er nicht mehr zurück. Ich will machen, wenn ich das rummache, weil wir uns hier vertreten sind. Dann machen wir einmal das hier und da vorne ist bei uns und die anderen. Der Köln ist irgendwie und die Städten und sein Freund. Und wir machen jetzt das hier, wenn es geht. Und jetzt an die Schcaelpferde zu kommen. Und hier haben wir dabei die Schwerpunkte. Und hier haben wir sechs ins Köln. Wenn wir auf die Schwerpunkte arbeiten, was wir brauchen. Der Dijk ist abwärts. Das hat mega Spaß gemacht und das kostet 4 Euro. Das lohnt sich hier reinzugehen. Ich habe schon mal Tränen von Grämisch School, von Moritz, und das war auch sehr schön. Ich merke mich dann auch gleich wieder. Und ich gehe dann gleich da vorne hin, zum einen Bar gesucht. Damit bin ich auch schon mal in Hamburger zu fahren. Und ich melde mich auch gleich wieder. Ich zeig auch mal deinen Fotos. Und das lohnt sich. Ich helde mich auch gleich wieder. Bis dann! Bis dann! Bis dann! Bis dann!